Hallihallo und herzlich willkommen bei der gepflegten Tanzunterhaltung mit Luisa und mir und wie immer mitten in der Tanzschule MoveMe. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und dürfen euch so ein bisschen zum Cha-Cha-Cha einladen. Wir haben uns kleine feine Bewegungen in die Füße geholt und natürlich auch in die Haltung und die dürfen wir euch jetzt präsentieren und euch zum Mittanzen animieren. Und zwar wir starten mit einem Damen-Solo und danach gibt es einen kleinen Handwechsel. So, jetzt tanze ich als Herr einen guten Schritt weiter und hole meine Dame an meine rechte Seite. Das heißt, sie tanzen rückwärts liegen und lockstep. Mit 1, 2, Cha-Cha-Cha. Jetzt kommt eine Position, die kennt ihr wahrscheinlich unter dem Stichwort Schulterfasser. Ich lasse Luisa jetzt eine Spot-Tür und tanzen. Das heißt, sie schwingt die Gefasstmähne so ein bisschen nach vorne durch. Ich tanze selber als Herr an rückwärts liegen. 1, 2. Die Dame kann ganz kurz hier Kontakt zur Schulter aufnehmen. Sie muss aber gleich weiter, weil sie tanze jetzt unter den erhobenen Armen. Ein gedrehtes Chassis. Ich als Herr geht zur Seite. Die Dame ist ja dann auch hoffentlich weg. Mit Cha-Cha-Cha. Ja. Und das, was ihr im Disco-Boxen oder Chime oder Schulterfasser kennt, so sieht es in Cha-Cha aus. Mit 1, 2, ranholen, umdrehen, rauslassen. 1, 2, dann lockstep. 3, 4, Cha-Cha. 1, 2, lockstep. 3, 4, Cha-Cha. Wenn ihr das beenden wollt, einfach wieder in die gefasste Handhaltung. Einen Grundschritt gerne mit einem Damen-Solo hinten ran. Wir zeigen nochmal dieses, sagen wir mal, erste Teil, erste Päckchen, Handwechsel, Dame ranholen, umdrehen, immer unterm Arm wieder rauslassen, ranholen, unterm Arm raus, mit einem Handwechsel, gefasste Hand hoch, Dame dreht am Ende und wir sind im Grundschritt. Genau. Das wäre, jetzt nennen wir es einfach mal, Päckchen 1, oder wir nennen es Päckchen 1, Päckchen 2, fängt, Sprachstörung, fängt ähnlich an, das heißt auch mit einem Damen-Solo und dem Handwechsel zu einem Schulterfasser. Cha-Cha, Handwechsel, Cha-Cha, Dame ran, Cha-Cha-Cha, umdrehen und jetzt lasse ich aber die gefasste Hand unten und führe die Dame so ein bisschen nach vorne weg. Mit 3, 4, Cha-Cha-Cha, 1, 2, Cha-Cha-Cha, 3, 4, Cha-Cha-Cha, ja, und wenn ich nicht zu stark ziehe, dann kann die Dame hier nämlich auch vorwärts tanzen. Und jetzt können wir hier gemeinsam einsteigen in 1, 2, Cha-Cha-Cha, 3, 4, Cha-Cha-Cha, 1, 2, Cha-Cha-Cha, 3, 4, Cha-Cha-Cha, wie kommen wir raus? Na ja, so wie im Päckchen 1, das heißt wir tanzen hier einmal nach hinten, Cha-Cha-Cha, 3, 4, Cha-Cha-Cha, Handwechsel, Cha-Cha-Cha, Damen-Solo, Cha-Cha-Cha. Das zeigen wir nochmal von vorne, Einstieg mit dem Dramen-Solo, Handwechsel, Schulterfasser, aber Hände unten, Cha-Cha-Cha, umdrehen, Cha-Cha-Cha, zurückdrehen, Cha-Cha-Cha, umdrehen, Cha-Cha-Cha, Arm hoch, Cha-Cha-Cha, Handwechsel, Cha-Cha-Cha, Damen-Solo, Cha-Cha-Cha, und Grundschritt, Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha, das wäre Päckchen Nummer 2, und aus dem Päckchen Nummer 2, kommt jetzt Päckchen Nummer 3, und das leiten wir tatsächlich genau gleich ein wie das Zweier, wir bewegen uns nur dann so ein kleines bisschen anders auf der Linie, das heißt, ich hole hier auch die Dame erstmal ran, Cha-Cha-Cha, lasse sie jetzt umdrehen, und wieder nach vorne laufen, und wechsle dabei aber die Hand, also ich gehe so ein bisschen mit, Cha-Cha-Cha, und wechsle die Hand, und jetzt bringe ich mich in eine Position Verfolgung, habe aber hier gefasste Hände gehalten, meine Damen, ich sage es jetzt schon mal wichtig, dass der Arm nachher hier so ein bisschen elegantös drüber geht, ja, Cha-Cha-Cha, einwickeln, Cha-Cha-Cha, auswickeln, ja, also wir laufen quasi immer so ein bisschen Arm in Arm oder Hand in Hand, hintereinander, hintereinander, miteinander her, so, von hier aus, kann ich jetzt wechseln, aus der Verfolgung, in ein Karree, dazu muss ich loslassen, und mich als Herr ein bisschen zur Seite bewegen, das heißt, ich habe 1, 2, ich löse die Hand, und die Dame hat schon Alarm, Alarm, und ich tanze als Herr Cha-Cha zur Seite, die Dame hat freie Fahrt, kann nach vorne, und jetzt gehen wir ins Karree, mit, Lauf, 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 Cha-Cha-Cha, Lauf, Lauf, Cha-Cha-Cha, und das Karree kann man jetzt nicht nur laufen, sondern man kann es drehen, und zwar immer auf der linken Seite, also jetzt im Moment darf ich drehen, und das ist auch tatsächlich so ein bisschen wie, ähm, quasi er gibt vor, sie tanzt nach, also ich tanze jetzt eine Drehung, und zwar mit dem rechten Fuß drehen nach innen, 1, 2, die Dame läuft einfach, tanzt Cha-Cha-Cha, hat jetzt aber gesehen, ah, der Herr dreht, kann sie ja auch, und tanzt dann auch mit dem rechten, 3, 4, Cha-Cha-Cha, wir haben 1, 2, Cha-Cha-Cha, 3, 4, Cha-Cha-Cha, wenn wir das Ganze beenden wollen, dann am besten nochmal mit einem Laufen, Lauf, Lauf, Cha-Cha-Cha, und jetzt greife ich mir hier einfach die linke, nein, es ist die rechte Hand der Dame, mit meiner linken, und tanzt hier einen kleinen Unterarm-Ausgang, die Dame hat uns wieder gedreht, das Cha-Cha, und wir sind wieder beieinander, ja, jetzt drehen wir uns natürlich aber nochmal zu euch, und zeigen euch das Päckchen Nummer 3 nochmal komplett von vorne, wir haben den Eingang, wie in 1 und 2, Damen-Solo, Handwechsel, die Lady an die Seite heranholen, weglassen, aber jetzt Hände wechseln, und so ein bisschen auf ihre Spur gehen, dann aus dieser Verfolgung mit Haltung, lösen, ins Karre, umeinander, laufen, oder mit der Drehung, Drehung, machen wir nochmal, Drehung, weil es so schön ist, Drehung, ja, dann sie laufen, und Händchen halten, raus, einmal Unterarm drehen lassen, und ihr seid hier wieder im Grundschritt, genau, das waren unsere 3 Cha-Cha-Päckchen, wir zwei wünschen euch ganz viel Spaß beim Üben, beim Ausprobieren, und wir sehen uns demnächst wieder, auf der, das muss ich irgendwann mal rausschauen, in der, auf der gepflegten Tanzunterhaltung, auf jeden Fall mit uns zwei. Ganz viel Liebe von uns an euch hier draußen. Tschüssi und ciao.